Ich habe mal im Interview in der Popcorn gelesen, dass du behauptet hast, dass der Penis, den du hier gerade in der Luft rauslässt, dass der ähnliche Größe hat wie mit deinem Penis. Das ist ja original mit Abdruck. War das ein Gipsabdruck? Gipsabdruck. Und dann haben sie ihn mit Schaumstab aufgenommen, den kannst du dann aufpusten. Aha, super. So schaut's aus. Es gibt noch ein Gerücht und dann höre ich eh auf. Stimmt das wirklich, dass sie 13 uneheliche Kinder in die Welt gesetzt haben? Das wird nicht gelangen, meine ich. Herr Borke, vielen Dank. Herr Borke, Dankeschön. Wiederschauen. Wiederschauen.